Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich zeige euch, wie sie in Open-Office Zeichnungen einfach so stellen können, anfügen können und auch so drehen können. Also, ich zeige euch zunächst einfach, wie sie einfach ihre Zeichnungssymbolleiste einfach so, ja, anzeigen können. Um das zu tun, sollten sie einfach hier oben kommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist das Einfachste, einfach drücken und dann unten haben sie einfach alle diese Zeichnungen so, ja, angezeigt. Oder sie gehen einfach auf Ansicht und dann gehen sie auf Symboleiste und dann können sie einfach auf Zeichen hier drücken und dann können sie einfach sofort loslegen. Also, sie haben zwei Möglichkeiten und können einfach diese zwei Möglichkeiten benutzen. Und jetzt wollen wir zum Beispiel eine Linie so anfügen und einfach auch zeige ich euch, wie sie auch damit arbeiten können. Das ist eine horizontale Linie, können sie zum Beispiel anfügen und es muss nicht so lang sein. Und wir können einfach die Ecken einfach hier, unsere Linie, die Linie still, können wir einfach hier ändern. Also, wir haben sehr viele stillen hier drinnen und wir können zum Beispiel eine hier für den Anfang nehmen und auf eine andere Ecke nehmen wir einfach eine andere, ja, wie sie einfach hier sehen. Und die, Entschuldigung, Linienbreiten können wir einfach hier nochmal die Kammer machen, damit sie besser sehen können. Und hier lassen wir die Farbe, wie es ist und auf diesem Menü haben sie die Möglichkeit, entweder die Führung zu nehmen mit Farbe oder keine Farbe oder mit Farbe oder mit Farbverlauf oder mit Big Mac zu arbeiten. Wenn ihr mit Big Mac arbeiten wollt, dann gehen wir einfach da drauf und klicken wir einfach. Und dann hier haben wir einfach alle Big Mac Themen, die wir benutzen können. Also, wir können zum Beispiel diese Mauer nehmen oder wir können zum Beispiel diesen Wellraum hier nehmen und von daher können Sie einfach die Sachen. Wenn Sie zum Beispiel mit Farbe arbeiten wollen, dann sollten Sie einfach die Farbe zum Beispiel hier, die Linienfarbe, einfach hier gucken, welche Farbe Sie haben wollen. Dann zum Beispiel die rückte Farbe können Sie zum Beispiel und die andere Farbe können Sie auch. Also, von daher geht es einfach alles. Und wenn Sie zum Beispiel mit Schreibrohr arbeiten wollen, dann klicken Sie drauf und es wird einfach genommen und dann gehen Sie einfach arbeiten. Und wenn Sie zum Beispiel drehen wollen, dann drehen Sie einfach hier hin und es wird einfach gedreht. Also, wie Sie einfach hier sehen. Also, gehen einfach so drehen und einfach so drehen, wie Sie einfach mehr gehen. Also, von daher gehen wir da machen und von daher können wir hier nochmal tun, wo es wirklich war. Also, von daher habe ich euch die wichtigsten Sachen so gezeigt und ja, was können wir nochmal? Sie können nochmal dann mit einem Rechteck so, ja, zeichnen, wie Sie wollen. Also, und von daher können Sie am Fackel genauso umgehen mit Linienstil und mit dieser Breite können Sie ein bisschen erhöhen. Und die Farbe können Sie auch ändern, wie Sie wollen. Und Sie können auch zum Beispiel euch entscheiden, ob es mit Farbverlauf oder ohne ist oder mit anderen Dollarwachen. Wir haben viele andere Sachen hier, zum Beispiel, also solche Farbverlauf können Sie zum Beispiel benutzen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel noch mit, ja, nicht nur Farbverlauf, aber auch zu arbeiten. Und dann können Sie einfach solche tolle Sachen hier drinnen. Und von daher sehr, sehr, sehr einfach und sehr gut auch. Und von daher können Sie immer, wenn Sie zum Beispiel nochmal Ihre Rechteck vergrößern wollen, dann können Sie sehr gut vergrößern. Wenn Sie die ganzen oder die Linie nochmal verkleinen wollen, dann verkleinen Sie es oder vergrößern Sie es. Und von daher ganz, ganz einfach. Also, es kann wie Sie wollen und von daher alles geht auch ganz gut. Und wenn Sie drehen wollen, dann können Sie auch sehr gerne drehen. Also, zum Beispiel drehen und da merken Sie schon, man kann schon richtig bewegen. Und von daher, also, können Sie alles damit machen, was Sie wollen. Und, ja, die Ecken können Sie schon drehen, also, Sie sehen schon, an der Respektive können Sie schon drehen. Und auf der anderen Seite auch können Sie richtig drehen und von daher ganz, ganz simpel damit zu arbeiten. Und Sie können richtig drehen, wie Sie wollen und alles ist einfach möglich. Also, ich freue mich einfach, dieses Video mit euch beteiligt zu haben.